MGKE M4 Nachdem der Akku der Gitterkanalschere vollständig geladen wurde, ist die Maschine ohne weitere Vorbereitung bereit, Gitterkanäle millimetergenau zu konfektionieren. Durch das Heraustrennen einzelner Drähte können zum Beispiel Kurvenverläufe realisiert werden. Die Maschine wird an den zu durchtrennenden Stab des Gitterkanals angesetzt und der Betätigungsknopf ausgelöst. In wenigen Sekunden werden so Drähte bis zu 6 mm Edelstahl V4A frei von Spänen abgeschert. Die Gitterkanalschere ist sofort wieder einsatzbereit, den nächsten Draht gradarm zu durchtrennen.